Alle einsteigen in den Geburtstagszug aus der Modellreihe Mickey Mouse Clubhouse. Mickey und Minnie veranstalten dir zu Ehren einen Parade. Belade den Zug mit allem, was du für die perfekte Geburtstagsparty benötigst, mit einer Totte zum Bauen, Ballons und als Geschenke verzierten Steinen. Wie alt bist du heute geworden? Dank der von 1 bis 5 numerierten Alterssteine können Mickey und Minnie Jahr für Jahr wieder für lustige Geburtstage sorgen. Kleine Kinder werden die endlosen Möglichkeiten für Rollenspiele zum Thema Geburtstag lieben und ihre Baufertigkeiten mit den bunten Lego Duplo Steinen weiterentwickeln, die speziell für sehr junge Barmeister und deren kleine Hände konzipiert wurden. Enthält zwei Lego Duplo Figuren, Mickey Mouse und Minnie Mouse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017